Laternenumzug Laternenumzug Ja, ja, es ist mal wieder so weit. Der Laternenumzug ist für die Kinder ein riesengroßer Spektakel. Aber auch die Erwachsenen haben Spaß daran. Nämlich, wenn sie mit den Kindern von Tür zu Tür gehen und jeder gibt eine Kleinigkeit, Süßigkeiten, Äpfel oder Mandarinen. Und die Kinder freuen sich wie Hulle. Tja, und manchmal ist sogar für die Erwachsenen auch was drin. Och, da freuen wir uns aber auch. Na, ich wünsche dir noch weiterhin viel Spaß. Ja, hallo. Ach ja, da kommt schon wieder jemand. Oh, also tschau tschau.